Russland ist ein gigantischer, vielfältiger Staat, der fast so groß ist wie Europa und Australien zusammen. Es ist ein Schmelztiegel der Kulturen mit Vertretern aller großen Weltreligionen, vom russisch-orthodoxen Christentum bis hin zum Judentum, Islam und Buddhismus. Warum genau Russland so groß und einflussreich werden konnte, schauen wir uns jetzt an. Die Vergangenheit Russlands ist sehr komplex und durch viele Veränderungen geprägt. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Volksgruppen und es hat in der Geschichte des Landes viele Kriege gegeben. Vor dem 8. Jahrhundert haben die ersten slavischen Völker den heutigen Europateil von Russland, Belarus und der Ukraine besiedelt. Diese wurden damals als Rus bezeichnet. Die slavischen Völker haben nicht isoliert in ihrer Region gelebt, sondern waren von verschiedenen Gruppen umgeben, darunter Finu-Ukrier, Balten und anderen indogermanischen Völkern. Im 8. Jahrhundert vermischten sich die slavischen Völker mit den skandinavischen Wikingern, was die Grundlage für einen slavischen Staat legte. Kiew und Novgorod waren die wichtigsten Städte, die das Volk der Kivorus oder auch Altrussland bildeten. Nach der Invasion der Mongolen erlebte Russland eine düstere Periode in seiner Geschichte. Erst unter der Herrschaft von Ivan dem Großen gelang es, das Land aus der mongolischen Herrschaft zu befreien und das Russische Reich zu erweitern. Während dieser Zeit wurden auch bedeutende Reformen im Staatswesen durchgeführt und erste Eroberungen in Richtung Asien unternommen. Das Reich der Tartaren und Sibirien wurde erobert und im 17. Jahrhundert unternahmen die ersten russischen Kossaken Expeditionen an die Pazifikküste. Im 18. Jahrhundert entstanden bedeutende Städte wie St. Petersburg und Moskau, die sich als wechselnde Hauptstädte etablierten. Peter der Große und Katharina die Große betrieben eine aggressive Expansionspolitik, unter anderem im Nordischen Krieg gegen Schweden und im asiatischen Raum. Durch diese Politik wurde Russland zur nordischen Großmacht und nach der Befreiung Moskaus und dem Sieg über Napoleon erlangte es eine herausragende Stellung als Supermacht im europäischen Raum. Russland erlebte verschiedene Kriege und Konflikte, die zu einer tiefen Spaltung im Land führten. Nach dem Ersten Weltkrieg brach schließlich die Revolution aus und es kam zu Bürgerkriegen. Im Baltikum fanden Konflikte statt, die schließlich zur Unabhängigkeit der baltischen Staaten führten. Sowjetrussland wurde zur Sowjetunion und nach Lenins Tod übernahm Stalin die Macht. Im Zweiten Weltkrieg wurden viele Grenzen auf der Welt neu gezogen und die Sowjetunion erweiterte ihr Territorium und Einflussgebiet, einschließlich der DDR. Die UdSSR existierte bis 1992 und als größte Sowjetrepublik übernahm das heutige Russland die völkerrechtlichen Verantwortungen und Verpflichtungen dieser Union. Im Jahr 2014 annektierte Russland die Krim und seitdem gibt es im Osten der Ukraine militärische Konflikte. Diese eskalierten im Frühjahr 2022, als russische Kräfte in die Ukraine einmarschierten. Die Gründe für die ständigen Expansionsbestrebungen Russlands lassen sich damit erklären, dass das Land häufig das Ziel von Angriffen durch verschiedene Völker und Staaten war. Da die Grenzen Russlands die längsten der Welt sind und kaum durch natürliche Barrieren geschützt sind, standen potenzielle Feinde oft vor offenen Toren. Aus diesem Grund hat man seit Jahrhunderten versucht, das Reich auszudehnen, um natürliche Barrieren wie Berge, Flüsse, Seen und andere geografische Merkmale zu nutzen, um die Grenzen des Reiches zu unterstützen. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, warum die Schweiz so unfassbar reich ist, dann klicke auf dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!